Die Ohrhalterung für diese Mikrofoneinrichtungen in einem Headset sind ja nicht geeignet für Barträger. Die Leute haben absolut keine Ahnung, wovon ich bin. Ich weiß, aber vielleicht können sie sich einen Reim draus machen. Also dem Gewinner dieses Gewinnspiels, dem vermache ich ein kurzes Audio-File. Oh, mach das nicht. Gut gemacht. Jetzt sehen wir nicht. Was? Was? Wir fangen los. Naja, wir sehen jetzt nicht. Niemand sieht irgendwas. Ist auch so relevant. Vielleicht irgendwo so ein Dings. Einen Sternlinz. Na, das glaub ich nicht. Na gut. Das war ja hier quasi bloß die Auffahrt. Das Prälude, wie du es vorhin so schön... Ach, die von oben. Ja, die kenn ich doch. Die von oben? Ja, die werfen was auch. Ja, sehr süß. Die werfen da Wasser. Ja, das glaub ich, du kennst. Wenn die Bälle fallen, dann kann man nur noch Robo und Modus. Aktivier. Da oben ist nämlich die erste Münze. Das wusste ich noch. Sehr gut. Ich glaub auch, die zweite Münze war irgendwo unten. Dementsprechend sollte man auch... Boah, damit schwimmt man oben. Ich seh' nichts. Oh. Was Süßes. Feuer. Ja. Oh Gott. Fast gegengeschwappt. Du machst da oben dein Ding. Das ist super. Ich werde mal hier versuchen reinzuschwimmen. Es funktioniert. Oh nein! Aber die war noch nicht die schlimmen, oder? Na doch, vielleicht ein bisschen... Ja, die rummigen ein bisschen Tobedo rüber... ... und Tode zu drücken. Aber es gab viele Münzen. Ja. Toll. Applaus, weil wir alle Münzen gefunden haben. Oh nein, sie sind zurück! Wer denkt denn an die noch? Ich nicht, wenn sie tot waren. Gut, gut. Yeah, wir haben ein Leben. So. Und hoffentlich keine zweite Münze verpasst. Jetzt hab ich hier so Angst. Nee, niemals. Du magst unter Wasserlevels, das hast du schon immer gesagt. Super krass. Oh. Hier links war was. Sehr. Na ja. Mehr auch nicht. Weißen Mann. Boah, die kommen ja durch. Nee. Aber wenn man sie freilässt, kommen sie durch. Ja, man muss sie ja freilassen. Na sicher, warte mal. Auf den. Okay, los. Klick. Das muss man so und dann so und dann hier. Dann nimm dir das. Alles ist so hell. Nichts wie durch, ach man. Der macht mich tot. Ich hab's gewusst. Pass bloß auf. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Gut, oder? Nee. Voll reingeschwommen. Ja. Naja, aber jetzt kämpfen wir. Ach, sei still. Wirklich. Ich noch. Ach, ja dann. Ja, was denn? So, jetzt hab ich dein schönes Let's Play hineingeschnaubt und gehustet. Jetzt drückt er bloß nicht drauf. Du doch nicht drauf. So, jetzt aber. Ah, war die Münze verpasst, wa? Ah, voll. Einige Münzen. Ach, haben wir Münzen verpasst. Ja. So, pass auf von oben. Kommt Feuerblumen. Vorsicht. Was soll ich zu sagen? Komm mal hin. Wir müssen uns anhalten. Danke. Für diesen Hinweis. Vielleicht sollte man nicht umsonst. Naja, jetzt ist es auch zu spät. So, nach unten brauchen wir nicht mehr. Das war ja nur eine Zeitverschwendung. Der braucht schon Münzen. Luigi braucht Münzen. Luigi ist Menschen. Luigi ist... Menschen, ja. Mann, mach doch nicht die Dinger weg. Weil es ist endlich. Ja. Die geben uns schlicht. Nein, schlicht. Da war noch einer, siehst du? Sehr gut. Okay. Und jetzt müssen wir uns dann hier versammeln und diese Leute ausräuchern. Mit unseren Feuerblumen. Na dann. Ich glaube ich die Lampen töten. Ja, mach das. Ja, mach das. Warte. Möchte bitte erst diese Fische weg haben. Ja. Boah, passt hat er mich. Na gut, jetzt kannst du... Da brauchst du noch einer. Ach Gott. Wie sie aus dem Dunkeln kommen. Man muss trotzdem einfach nur durchschulen. Besser wär das glaube ich. Boah, so ein King. Boah, so ein King. Aber jetzt noch einer irgendwo. Oh Gott. Nicht der bei dir, glaube ich. Nee, das ist ein anderer. Der missing ist. Man, das ist da gar nicht abgeräumt, du. Nie gut. Was ist denn jetzt mit denen hier? Dort. Vorsicht, da kommt einer. Schönen Tod. Schönen Tod. Das ist eigentlich in jeder Folge irgendwann. Ja. Oh. Schönes Leben. Oh nein, oh. Oh, oh, oh. Guck mal, da geht's nach oben. Oh, jetzt ist es aber vorbei. Das ist zart und lustig. Nein! Ob wir da hinten gehabt... Nee, da war ich ja schon. Da war ein Leben. Oh, die haben da was zwischen sich. Ja, den Tod. Schönen Tod. Oh Gott, jetzt habe ich den weggenommen. Das tut mir leid. Mann, es ist so dunkel hier. Nee, so dunkel hier. Niemand mag den Dunkel. Ich bin gar nicht Kanadier. Hast du gut gemacht. Gemacht wie eine Eins. So, jetzt müssen wir aufpassen. Einer bleibt unten, der andere schwimmt nach oben und geht da hoch. Numo geht auch hoch. Ja, ich... Oh Gott, das macht mich so fertig. Siehst du? Nein! Oh, er hat's geschafft. Er ist einfach durchgedribbelt. Bedribbelter, bedribbel die. So. Gut, gut. Nimm mich. Lauf. Reingelassen. Okay, dann zurück. Warum nicht? Nicht. Aber kann das eben draus. Wird keins. Nein. Bei Fightim nicht. Ja. Ja. So, da ist ja nicht mehr viel zu tun. Na ja, noch zwei und dann das dritte. Ja. Ja. Pass auf. Worauf. Na gut, da kann man nichts. Na, weil da nichts ist. Nicht mal einer? Nicht mal einer. Ach, super, Schiebewelt. Ja, Schiebewelten sind beste Welten. Juhu. Mit Bo-Bo-Bo-Bomb-Boms. Hätte ich vielleicht früher sagen sollen. Ja, vielleicht. Und nochmal. Oh, schlecht, ich wollte gerade einen Schluck trinken. Dann lass es doch. Doch nein. Getränke müssen sein. So, Bo-Bo-Boom. Bo-Boom-Boom. Oh, fängt schon gut an. Soll man da hinkommen. Tatsächlich. Du musst nach rechts drücken und langsam. Jetzt ein bisschen schneller. Sehr gut. Vorsicht. Bo-Boom. Rechts. Jaaaa. Ja, stopp. Da nicht zurück. Vorwärts, überr... Ja, aber nicht drückwärts nimmer. Weiter geht's. Weiter geht's. Na gut. Ich wollte die Bomben hier reinlegen, verstehst du? Bombenleger, Bomben reinlegen. Die brauchen aber bestimmt eh für die letzte Münze. Eine Bombe muss übrig bleiben. Der sprengt mal wieder irgendein Scheiß. Nach rechts und los. Hättest du gebraucht, mir egal. Ja, das denk ich mir. Gut. Sooo, dann... Auf eine neue Runde. Weil ich's kann. Ja, ich weiß. Was? Da unten! Was? Was? Wie er abgeht. Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ab jetzt funktioniert das. Ab jetzt funktioniert das. Okay, cool. In der Tat. Los, voll rein da! Jihaa! Mann, das. Vorsichtig. Ich verbegte die Texte. Noch niedlich, als wenn sie zurück waren. Oder mal nach hineinspringen. Boah! Hör, tiefer. Stopp. Was machst du? Hör, tiefer! Stopp! Entscheid dich mal! Achso. Hätten wir nach oben gehen müssen. Naja, kann's natürlich auch nicht fahren. Ja, irgendwie schon. Das Problem ist, dass es hier geschoben wird. Ja, das ist es. Los jetzt! Oh! Das Wim-Modviech gekrüppelt ist. Wot, jetzt los! Jawoll! Jetzt muss man irgendwie nicht mehr durchkommen. Ja, ich hoffe. Vorsicht, Feuer! Ja, Achtung. Oh! Kann der nicht mehr so viel sein. Na, da kam noch einer. Ja. Hä? Einfach durch. Bitte. So, Mensch, das war ja ein einfaches Level. Ja, irgendwie. Naja, einfach möchte ich es nicht betiteln, aber es war schafft... Boah, gucken wir an, wie er es fast geschafft hat. Oh, ja. Seh ich. Mann, Mann, Mann. Durchgewascht. Mann, Mann!